Ohoah Adolf! Ohoah Adolf! Gerns識! Ura! Servus! Woipel! Reiß einfach rein! Ja, woipel will ich sagen! Geht man, gell? Was für eine Herzfrequenz sollte der Trainer am besten arbeiten? Ich weiß ja nicht mehr, wie weit das er aufbekommt, aber... Der Bauchbeine-Po vom Strobl Alex. Trainer, hast du irgendwas zu sagen in die Lifestyle? Wenn ich bei so einem Gerät vorbeikomme, kann ich einfach nicht widerstehen. Ich muss einfach arbeiten. Der Trainer zeigt es vor, wie es geht. 55 Jahre Topfit. Unglaublich. Danke. William, was schauen wir uns an im Fernsehen? Ja, ich suche Sport-Fußball. Sport-Fußball? Was anderes gibt es nicht. Genau, richtig. Das ist ein Trainingslager. Ja, aber zu Hause auch. Ist auch wichtig. Ja, auch deutlich mit meiner Frau. Ich bin ein bisschen alt. Hebe, wie schaut es aus? Sturm der Liebe ist es. Sturm der Liebe. Ich störe dich nicht länger. Danke. Hebe, ich muss Sturm der Liebe schauen. Das sind unsere zwei Top-Maschinen. Hinum und Savic. Macht es einmal Liegestellung. Klimmzug-Challenge zwischen Savic und Hinum. Gehen wir. Nein, Klimmzug-Challenge. Nachwuchs-Fitness-Trainer Schröger. Ja. Turbo, Turbo. Gehen wir. Ah, Turbo ist hier. Ich hab's gut gesagt. Ich brauche mal Wasser. Sorry. Grüß Gott. Wenn müssen wir aufnehmen. Wenn müssen wir aufnehmen. Gehen wir schon. Gehen wir. Schrei mal richtig. Gehen wir. Schrei mal richtig. Gehen wir. Zehn noch. Gehen wir. Gehen wir. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Der kämpft. Das ist ein Neuzugager. Was will ich? Das ist der Nachbar-Bag. Du musst wenig wiegt. Gehen wir. Ja. Der Hinum tut nur trinken. Nicht trainieren, nur trinken. Ich trainier' nur trinken. Ich trainier' nur trinken. Warum? Der Körper braucht viel Füße. Wir können so viel reinmachen. Wir verlieren wir viel. Willst du mir sagen, dass du schwitzt beim Training? Schaut euch das auch. Schaut euch das auch. Du bist ja auch. Fünf. Das war schon der Oste. Das war schon der Oste. Das war schon der Oste. Ach mal vier sind auch zwei. Rögt den Mike. Gehen wir. Das ist ein Tempo beim Glimmzug. Zwei. Drei. Vier. Gehen wir. Jetzt schauen wir, ob der Wolf noch was sagen möchte. Das haben wir schon gekauft. Ja. Das ist auch nicht mein bester Teil. Wir haben ja ganz so viele Telefizierungen gezahlt. Sag einmal was, Uli. Wer ist der beste Fitnesstrainer der Welt? Mike. Der war's nicht einmal wieder heiß. Den können wir doch nicht. Mike. Muss man das nicht immer, wenn ich mir so ein Tempo schauen oder? Mach noch einmal. Wie schaut man schön? Wie schaut man schön? Wenn man schön schaut. Fritzi. Schau mal sexy. Schau mal sexy. Schau mal traurig. Schau mal normal. Schau mal normal. Das Stoffe haupt gerade eine Philippe her. Das macht es gerade. Die Lippe ist müde heute.